Das ist Anna Scott, der größte Filmstar der Welt. Und das... Verzeihung, wer sind Sie denn? ...ist William Thacker. Das ist eine Bus- und Bahnmonatskarte, Sir. Und er muss feststellen... ...dass wenn man einen Superstar trifft... ...das tut mir sehr leid. ...man gewisse Spielregeln beachten muss. Was hält Ihnen ein? In fünf Minuten sind Sie tipptopp in Form zurück auf der Straße. Nicht im professionellen Sinne. Max, das ist Anna. Hallo, Anna. Scott. Hallo, Leute. Herrgott, hauk. Das lässt noch nicht so aus. Das machen die immer, wenn ich weggehe. Hi. Ich danke dir, Gott. Ich finde, Ghost war ein beeindruckender Film. Ich habe jemand Besonderen kennengelernt, der über alle Massen aus dem Rahmen fällt. Es ist doch nicht Fergie, oder? Freuen Sie sich auf ein Treffen... ...mit Julia Roberts und Hugh Grant... ...an einem Ort namens Notting Hill. Ich würde da jetzt nicht rausgehen. Wieso denn nicht? ... Untertitelung des ZDF, 2020